In Ordnung, breche auf, bestätigt. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Das Gebäude wurde erobert. Unsere Basis wird angegriffen. Ja? Na, selbstverständlich. Vielen Dank. Ja? Achso, seid ihr zwei, könnt ihr jetzt da nicht durch. Na, bleibt da stehen. Da wird wieder gebaut. Also hier unten muss irgendwie ein Tempel von Nord sein. Aber den zu finden war ein Ding der Unmöglichkeit, weil da wirklich direkt geschossen wurde. Ich bin überlegen, dass ich mit ein, zwei BMT-Simmer versuche, da mit Gewalt reinzufahren. Dass ich einfach sehe, wo der steht, damit ich weiß, wo ich meinen Ionen-Strahl drauflenken kann. Alles gut. Oh nein, jetzt geht es da drüben wieder los. Einheit verloren. Jawohl, Sir. 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 Breche auf. Na, es war klar, dass wir den nicht mehr kriegen, aber der muss wieder an uns vorbei. Da warten wir einfach auf seine Rückkehr. Aber wenn ich das hier wieder frei mache, würde er auf jeden Fall wieder versuchen, da hinzugehen. Ich weiß bloß, ich habe versucht, den hier kaputt zu machen. Den hat er wieder aufgebaut. Hier seine Basis hat er nicht wieder aufgebaut. Deswegen schauen wir mal. Die Waffenproduktion könnte man vielleicht auch noch schneller machen, aber da müsste ich hier irgendwo noch eine Waffenfabrik bauen. Ja, oder wie gesagt, ich ziehe halt hier dann Gebäudeketten vor und halt Silos oder vielleicht auch Betonmauern, wenn es geht. Und baue dann dahin einfach Türme und lasse dann die Türme die Türme beschießen. Wird dir das bloß, dass der da nicht durchkommt, aber da bin ich optimistisch. In Ordnung. Jawohl, Sir. Du kommst hier nicht vorbei. Der Zweite wird es auch keiner mehr probieren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Verstetigt. Jawohl, Sir. Verstetigt. Jawohl, Sir. Ich glaube, hier unten gibt es nämlich, wie gesagt, diese zwei. Ich will jetzt mal ein paar BMTs zum Erkunden. Hier gibt es so ein Laser-Dings und der schießt halt sofort überlegen, ob ich den mit dem Ionenstrahler ausknock und dann reinfahre und versuche den Tempel zu zerstören. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So, schauen wir mal. Jetzt kommt da wieder Hansbürste. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Wie die es immer wieder schaffen, zwischen meine Dings durchzukommen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Und dann meine Stahlhageldinger kaputt machen wollen. Jawohl, Sir. Bleibt das stehen. Oh, werdet ihr jetzt auch wieder hart demoliert. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Aber wie schaut es hier drüben aus? Das Cache bleibt leer. Ich will mich dabei nicht drauf verlassen. Was will ich jetzt machen? Ich brauche noch zwei, drei Stahlhagel, weil die ständig kaputt gehen. Jawohl, Sir. Meine zwei halbwegs gesunden, was heißt halbwegs gesund, meine zwei komplett gesunden Mauts wieder nach unten. Jawohl, Sir. Du musst auf die Reparaturstation näher. Der Drüben sammelt schon wieder einer. Jawohl, Sir. Recher auf. Ja, der Sammler da. Auf jeden Fall. Ich möchte mit denen mal gucken, wie weit kann ich da fahren? Wie weit muss ich da fahren? Wo ist der Laser? Dann würde ich den wegschießen. Vielleicht taucht er dann immer auf. Dann möchte ich den Tempelplatz machen. Dann müsste er ja eigentlich ohne den Tempel nicht mehr so viel machen können. Ja gut, er will jetzt hier an uns vorbei. Das würde wieder genau gar nicht funktionieren. Du musst aber ganz schnell nach ganz vorne. Ja gut, ne? Versuchen wir mal unser Glück. Also man kam noch bis hier runter. Da konnte man hier nach links dann wie gesagt zum Bauhof des Gegners. Aber hier möchte ich gerne rein. Aber ich denke, wenn wir so weitermachen, können wir die Mission heute durchaus noch knacken. Warte mal, hier ist gar kein Tempel von Nord, aber hier ist der zweite Bauhof. Warte mal, wenn hier der zweite Bauhof ist... Ich dachte, der Tempel von Nord wäre hier irgendwo gewesen. Oder ist der da hinten unten drin? Das heißt aber, es müssten dann beide Bauhöfe weg, damit er hier nicht mehr so viel machen kann. Pass auf, wir laden nochmal. Weil ich gesagt habe, da ist ein Bauhof und da ist ein Bauhof. Den kriege ich aber nicht. Die laufen jetzt wieder los, weil ich den angegriffen habe. Schade, ich dachte, das wäre der Tempel von Nord gewesen, aber der ist da gar nicht. Dann erkunden wir erstmal drüben die eine Stelle mit, obwohl das sind auch wieder die Türme, die vielleicht ein Problem machen werden. Wir müssten hier Druck ummachen und hier alles wegräumen. Und dann müssten wir da drüben das Ding auch noch zerstören. Wir müssten aber vorher hier wirklich erstmal... Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Weißt du was? Wir haben gespeichert. Von daher, wir haben gespeichert, also alles gut. Wir warten aber noch, bis der Sammler da war. Dann klatschen wir den weg. Und dann versuchen wir da mal einzufallen. Ionen-Dings dann auf die gegnerische Verteidigungseinheit da. Und dann... Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt haben die Gegner die ganze Zeit die Stahlhagel im Visier, um ihren Sammler zu rächen. Aber schauen wir mal. So, ich bin mir mal ein Zeugluck. Jawohl. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Bestätigt. Einheit verloren. Jawohl. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Ziel wählen. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Bestätigt. Jawohl. Bestätigt. Reche auf. Bestätigt. Jawohl. Jawohl, Zahl bestätigt. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Einheit verloren. Bestätigt. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Egal, wenn wir das hier zerstören, kann er da auch nichts mehr Neues bauen. Jetzt haben wir noch einen zweiten Bauernhof, einen zweiten Bauhof auf der anderen Seite. Krass, das ging einfacher als gedacht. Leider ein paar Verluste, aber einfacher als gedacht. Boah, ich weiß nicht mal, wo ich war mit den Nummern. Ich fange mal wieder bei der 1 an. Ja, das ist okay. Der will es da oben jetzt ein bisschen probieren. Zum Glück haben wir da noch unsere Jungs. So, der kann uns momentan nichts entgegenschicken. Hier hat er noch eine Raffinerie, die muss weg. Wir müssen jetzt hier leider mal in den sauren Apfel beißen und das Ding so wegmachen. Aber der muss weg. Wenn der weg ist. So, dann alle auf den. Weil hier kommt jetzt nämlich wieder Einheiten raus. Zum Glück nur so eine ist okay. Oh, nee, nee, nee. Jetzt aber schnell. Ich brauche neue Einheiten und das sofort. Hier bleibt man hier stehen für den Fall der Fälle, dass wieder ein Bauhof noch rauskommt. So, nicht, mein Freund. Das läuft gerade so viel besser als beim letzten Mal. Also als gestern. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Jetzt gibt es Flugzeuge, okay. Theoretisch könnte man versuchen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Zeig mal her. Ich habe ja noch zwei Helis. Wir haben jetzt hier nämlich die Konstellation, dass die wahrscheinlich wieder anfangen werden, auf diese Gebäude da zu schießen. Sollen sie mal machen. Ich möchte hier drüben nämlich den... So, den Dings da erkunden. Zurück mit dir. Die Helis runter zu mir. Ich möchte, dass die da drauf schießen. Wo bleibt? Da oben kommt unser Flugtransport, weil vielleicht reicht es ja, um das Ding kaputt zu machen. Jetzt. Ja, wunderbar. Hast du diesen Wumms gesehen? Boah, das war immer richtig viel Wumms. Boah, wir haben das Ding endlich. Wir haben das Ding endlich. Ich glaube, jetzt haben wir es sicher. Die da unten räumen wir gleich sofort weg. Aber, boah, wir nähern uns einem Ende. Oh. Da ist der Tempel. Aber da ist auch sein böses Laser-Ding. Wir können es mit dem Luftangriff versuchen. Nee, weißt du was? Die fünf Minuten warte ich jetzt nochmal, weil wir das Ding eigentlich auch noch zerstören sollen. Aber die Minuten warte ich jetzt gerne. Da können wir in der Zwischenzeit hier ein paar Sachen kaputt machen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, ich ja. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Und die ganze Mission gibt es ja noch zwei Ausführungen. Die wollte ich halt eigentlich noch gar machen, aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Vielleicht sind die Startbedingungen ja eine andere, wenn wir dann... Also logisch... Also ich hoffe mal, das werden andere Startbedingungen sein. Das Ziel wahrscheinlich wäre das gleiche, weil sich die Missionsbeschreibung nicht ändert. So, wir haben gerade etwas Geld übrig. Oh, apropos. Ich habe auch hier meine Sammler gar nicht mehr losgeschickt, aber... Gut, das ist jetzt eh fast schon egal. Mal. Folgendes werden wir jetzt tun. Komm mal her. Machen wir wieder einen Heliport. Aber vielleicht ein bisschen abseits, dass er wieder auf die Idee kommt, mich zu beschießen. Ach, stimmt. Ich kann schon längst eigentlich meine anderen Leute losschicken. Warte mal. Ihr seid mal meine Gruppe 4 weiterhin und ihr dürft jetzt hier mal einige Schütze nach dem anderen noch zerstören. und euch, genau, kann ich insofern eine neue Aufgabe geben, dass ihr hierher fahrt. Wir verkaufen diese Gebäude, weil wir die auch nicht mehr brauchen werden. Er kann nichts mehr bauen. Das heißt, wir werden hier direkt draufhalten. Und ihr steht einfach mal nicht im Weg. Ja. Der Turm ist kaputt. Die Jungs sind gerade am Nachladen. Ja, wunderbar. Und wir fliegen wieder los. Halt. Falsches Ziel. Auf den Turm. Du bleibst mal weg. Ihr 3 kann in Ruhe fahren, hier den Rest gar zerstören. Ja, wunderwunderschön. So gefällt mir die KDWs nicht besser. Wir haben es geknackt. Das ist ja der Wahnsinn. Jawohl, Sir. Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Oh nein. Jetzt bringt er sich wieder selber um. Ganz knappe Kiste. Ich wollte dich eigentlich noch dabei haben, um gegnerische Infanterie kaputt zu machen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du dich selber sofort wieder tötest. Jawohl, Hörstelle. Ordnung. Jawohl, Sir. Flugzeuge verfügbar klingt gut, aber ich warte hier auf den Ionenwerfer. Jawohl, Sir. Nach wie vor. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wir benötigen Silos. Das höre ich auch so. Ja gut, klar, weil die anderen Silos weg sind. Ähm, hier. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jetzt da rüber. Jawohl, Sir. Und holen wir uns erst mal hier das Ding da. Und holen wir uns erst mal hier das Ding da. Forschungsanlage. Ja. Dieser Sprengkopfaufbewahrung. Ich verstehe schon. Und dann der Tempel von Nod. Ob das reicht? Nur mit dem Ding, glaube ich fast nicht. Aber schauen wir mal. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh ja, jetzt ist es soweit. Beziehungsweise, sobald der Ionenwerfer soweit ist. Stark gegen alles. Kann sein, dass wir den vorher schwächen müssen, damit er sofort kaputt geht. Aber das sehen wir gleich. Jonenwerfer abschussbereit. Jonenwerfer lädt auf. Nuklearsprengkopf. Ja, hast du es gesehen? Der schießt direkt nochmal einen Nuklearsprengkopf. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wo der landen wird. Aber wir werden den Tempel einfach nochmal angreifen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nuklearsprengkopf abgefeuert. Jawohl, Sir. Nuklearsprengkopf im Anfänger. Unsere Basis wird angegriffen. Hm, genau da jetzt hier alles weggesprengt. Werkstatt und den einen Heliport und alles. Zum Glück konnte ich meine Helis noch retten. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ach, da ist sogar noch ein Kraftwerk. Zurück mit euch. Ziel wähle. Jonenwerfer lädt auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Also meiner Meinung nach habe ich jetzt wieder einen Mionenwerfer das Ding zerstört. Wo bleibt der Erfolg? Da ist er. Jawohl, orbitale Zerstörung. Den wollte ich sehen. Schreiten wir ihn fort zum letzten Gebäude. Jawohl, Sir. Platt machen. Los, reiß es weg. Mach das nieder. Und gleich der nächste Erfolg hinterher. Der Adler ist gelandet. Und gleich der nächste Erfolg hinterher.